Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, ich habe ja gesagt, es wird jetzt danach ein Info-Video kommen zu mir, wer ich bin und so. Ja, wo könnte ich denn anfangen? Also mein richtiger Name ist Raphael. Ich bin zwölf Jahre alt. Das ist wirklich schwer. Ich bin zwölf Jahre alt und meine Hobbys sind natürlich Leo Star Wars sammeln. Ich spiele sehr gerne Xbox, aber ich würde jetzt nicht so ganz sagen, dass es mein Hobby ist, aber ich spiele sehr gerne Xbox 360. Und eins meiner größten Hobbys ist natürlich, ich spiele Ice-Hockey und ich gehe noch Slowboarden, also das kann ich eigentlich auch ganz gut, und Rodeln, also das kann ich eigentlich auch ganz gut. Da bin ich sogar mal Dritter geworden, aber egal. Ähm, ja, was könnte ich denn noch sagen? Das ist wirklich schwer, Leute. Also, das ist wirklich schwer. Ja, ähm, ich weiß ja, ich muss natürlich auch was sagen, sonst würde das Video nur zwei Sekunden geben. Und ja, das wäre natürlich auch nichts. Ähm, ich habe mir über, ja genau, ich kann, ähm, ich kann auch meine Pläne erzählen. Also, die so Fieslingspläner ihrer Weltherrschaft. Nein, natürlich nicht. Also, ich möchte auch dann ein Mock-Contest machen, wenn ich ein paar andere YouTuber so habe. Aber ich wüsste schon einen, den wüsste ich, wenn ich fragen könnte. Äh, ich weiß noch nicht ganz genau jeden. Also, ich werde mal ein paar Fragen anschreiben und da werde ich natürlich einen Mock-Contest machen, aber sonst weiß ich auch nicht ganz gerecht, was ich machen soll. Und ja, ähm, mehr gibt es jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Das Video wäre auch nicht schon fertig. Hier im Hintergrund seht ihr noch das neue, eins der neuen Battle-Packs, das ich mir gekauft habe. Ich habe das schon zusammengebaut und alles. Ähm, und noch ein Kommentar zu Lego. Äh, alter, die neuen Blaster sehen ja so scheiße aus. Also, die, ich weiß, wenn sie gefallen, ist ja gut, aber mir gefallen die so nicht. Die, mir gefallen die einfach nicht. Die sind so hässlich. Aber ja, jedem das seine. Und ja, dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute, bleibt cool. Und ja, tschüss.